Dafür benötigen sie mindestens 25 Abgeordnete aus sieben Mitgliedstaaten. Und so reisen Wilders und Le Pen derzeit durch ganz Europa und werben für ihre Allianz. Angeschlossen haben sich bereits die Freiheitliche Partei Österreichs von Heinz-Christian Strache, die italienische Liga Nord und der belgische Flams Belang. Rechts ohne Komplexe ist Tom van Grieken zweifellos. Der 27-Jährige mit dem akkuraten Seitenscheitel ist der Vorsitzende der Jugendorganisation des Flams Belang. Er sei in einem sehr multikulturellen Viertel von Antwerpen aufgewachsen, erzählt er, und habe sich irgendwann auf die Suche nach seiner flämischen Identität gemacht. Gefunden hat er sie bei den rechtsextremen Separatisten vom Flams Block, der sich später in Flams Belang umbenannte, nachdem drei Organisationen der Partei wegen Verstoßes gegen die Antirassismus-Gesetze verurteilt wurden. Für Tom van Grieken steht außer Frage, sich Wilders und Le Pen anzuschließen. Natürlich machen wir mit. Wir sind schließlich nur Zusammenstaat. Der Flams Belang verspricht sich viel von diesem Bündnis, denn im belgischen Parlament wird die extreme Rechte von den anderen Parteien gemieden. Eine Regierungsbeteiligung ist durch diesen vereinbarten Cordon Sanitaire ausgeschlossen. Auch von den Medien würden sie geschnitten, von manchen Debatten von vornherein ausgeschlossen, ergänzt Tom van Grieken, fast stolz. Wenn wir in Schuldebatten nicht zugelassen werden, verteilen wir eben neben dem Schulhof unsere Flugzettel und fordern die Leute auf, sei kein Idiot, bild dir deine eigene Meinung. Und ich kann ihnen versichern, danach steigt unsere Mitgliederzahl sprunghaft an. Der 27-Jährige gefällt sich in der Rolle des zu Unrecht Geächteten. Er kokettiert mit seinem Bad-Boy-Image. Tom van Grieken beruft sich oft auf die Meinungsfreiheit an diesem Nachmittag, der im Brüsseler Regen versinkt. Zum Glück wohne ich nicht auch noch hier, sagt er. Diese Stadt ist doch total verrückt. Auf der einen Seite die Europäische Union mit all ihrer Bürokratie und den Projekten, die jede Menge Geld kosten. Auf der anderen Seite die wachsende Armut und das ganze Multikulti. Hier gibt es sogar Islamparteien. Also wenn nichts Drastisches passiert, dann sehe ich schwarz für Brüssel. Ihm würde da das ein oder andere einfallen, die europäische Zusammenarbeit auf ein Minimum zurückzufahren, die Zuwanderung zu stoppen und jeden Zuwanderer, der straffällig wird, abzuschieben. Wer hier lebt und einen belgischen Pass hat, mit dem arbeiten wir zusammen und machen das Beste draus. Wir schmeißen niemanden wegen seiner Hautfarbe raus. Wir sind ja nicht rassistisch. Wir sind ja nicht rassistisch.